So etwas Blödes gibt es doch gar nicht, oder? Ja, das geht natürlich nicht. Wir haben in unserem Land Religionsfreiheit. Ich finde es zwar bedauerlich, dass in der Türkei oder in anderen Ländern keine Kirchen gebaut werden, aber in unserem Land sollte man das nicht analog übertragen. Das ist mir ein wenig ein Krampf. Erstens ist das gegen die Religionsfreiheit, wie es bei uns ist. Das ist ein Grundgesetz verankert. Und ich meine, ich sage das oft, wenn der Tag lang ist. Man darf da nicht alles für baute Münze nehmen, was die jetzt sind.